Dieser Volkswagen Charan steht hier zum Verkauf. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 110.000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2012. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 170 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,9 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.